Bei uns sind heute Kitten eingezogen. Natürlich haben wir vorher schon einmal alles vorbereitet, das heißt wir haben den Kratzbaum hingestellt, haben hier Spielzeug schon einmal bereitgelegt, haben auch das Katzenklo selbstverständlich vorher befüllt und dann konnte es auch schon losgehen. Während der Autofahrt waren die beiden sehr ruhig, das heißt sie haben die ganze Zeit geschlafen und haben keinen Mucks von sich gegeben. Als wir hier den Deckel der Box entfernt haben, haben sie gleich rausgeschaut und sind auch sofort rausgekommen. Bei den beiden handelt es sich um reinrassige BKH-Katzen. Sie waren natürlich noch etwas schüchtern und haben sich hier nur sehr vorsichtig rausgetraut, aber sie waren sofort dabei. Und so haben sie also angefangen die Wohnung zu erkunden. Wir haben sie extra in der Nähe von dem Katzenklo rausgelassen, damit sie dies gleich als erstes sehen und auch wissen, wo es steht. Wir haben uns sogar schon zwei Namen ausgedacht. Der hier vorne im Bild wird Balou heißen und der noch in der Transportbox liegt, heißt Sammy. Und jetzt lassen wir euch in Ruhe die Katzen beim Erkunden beobachten. Und jetzt lassen wir euch in Ruhe die Katzen beim Erkunden beobachten. Nach dem ersten anstrengenden und ereignisreichen Tag haben sie sich dann zurück in ihre Transportbox begeben und sich zusammen eingekuschelt. Möchtest du kein neues Video mehr verpassen, dann abonniere gerne den Kanal, um noch mehr von den beiden zu sehen.